In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Was willst du? Warte kurz. Lass mich kurz zur Begrüßung machen, ja? Willst du Papas Handy? Ja, du musst kurz warten. Mein Dodo. Doktors? Naja, ich verstehe ja gerade nicht, was ich möchte. Wir sind gerade auf dem Weg zu der Susanne, also zu meiner Freundin. Und ja, wir wollten heute einen schönen Abend machen, einen gemütlichen Abend. Der Jusuf hat seit Wochen Lust auf Blumenkohl, das gebratene Blumenkohl, was ich immer gemacht habe damals. Jetzt vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Ja, und dann dachten wir, wir machen das mit Pizza zusammen. Wir haben jetzt natürlich keinen Bock, Pizzateig noch da zu machen. Vor allem mit drei Kindern. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir nehmen fertig Pizzateig. Und ja, der tut es ja auch. Genau, ich mache das aber dann immer mit Sauce Hollandaise. Und wir werden euch dann mitnehmen, wie immer. Genau. Ich dachte, du wolltest es heilen können. Was? Ich dachte, du wolltest es heilen können. Ich dachte, du wolltest es heilen können. Achso. Ich brauche auf jeden Fall einen Riesentopf. Dann kannst du das aufsetzen. Ich brauche auf jeden Fall einen Riesentopf. Ich brauche auf jeden Fall einen Riesentopf. Und hast du dich schon rausgeschnitten oder gelassen? Ich hab die lieber rausgeschnitten, bevor ich suche. Welche? Die, wo ich gesagt habe, wo du geschehenst. Nein, nicht schämen, ich wusste da irgendwie schon voll Lachbarkeit wegen dir. Aber ich finde das voll authentisch, ich lasse das rausgelassen. Und du hast das selbe, oder? Ja, erst hast du gesagt, ich soll es rausnehmen. Ja, weil ich mich geschehen habe, weil du mich so... Aber du hast dich früher auch immer noch mal geschehen. Nein, ich schäme mich nicht. Jetzt wird der sogar furzen vor der Kamera. Ich hab ja auch... Zwirg mir, weißt du, das ist ja live, die ganze Zeit. Ja, oder? Aber wie? Deswegen möchte ich niemals... Ey, ich küffel, ich hab mal geschehen. Ja, ich küffel, du nicht? Ja, ich küffel, du nicht? Ja, ja. Geht, Baba, ja, siehle, Lina. Äh... Ich setze Wasser auf Karte. Ja. So, das kommt schon. Ja, ja, ein bisschen weg. Ja, ja, ein bisschen weg. Schnelles Riemen? Ja. Tu, tu ruhig schnell rein. Ne, Sorte? Ja, das wäre schön. In den Keller findest du, das ist zu schade für so. Also schaust du mir immer ein bisschen... Ja, das musst du jetzt eh gleich kochen, dann stimmig schwer. Ich bin mal gespannt, ob das alles gegessen wird. Wird, wird. Meinst du? So, wie ich Josef kenne, ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das alles gegessen wird. Wir schaffen nicht mal eins zu zweit. Wie geht's? Wie geht's? Hallo. Heute ist Emma bei uns. Und sie macht nur einen Kurs von uns. Hallo. Hallo. Was? Achso. Später machst du die Soße ein bisschen viel, ja? Hallo. Achso, ja, ja. Muss ich ja. Ja, ein bisschen mehr, alles raus durch Mama. Ja, das ist aber schade, ne? Ja, das ist ja für die Kinder getrennt, Leute. Nein, das ist Pulbi, bitte. Also, sie macht jetzt ja gesagt, ihr Blumenkohl, und ich hol schon mal die Sachen für die Füße raus. Und ich hol schon mal die Sachen für die Füße raus. Ich komme, ich komme. Ich habe keine Geburt. Ich komme. Wie sieht das aus? Ich habe ja eine condensed Ausgabe. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Das ist gut, ja. Ich komme, ich komme. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich komme, ich komme. Ja, das stimmt. Oh, die Großfamilie. Kein System. Lina, jetzt setz dich bitte. Das Essen ist jetzt fertig. Und schaut mal. Für 50 Pension. Nur für dich, ne Yosuf? Ja. Oder darfst du mitessen? Ein bisschen. Romantik, weißt du? Wer ist? Ja. Ich bin romantisch, bitte. Komm hier hin. Aber ich muss lieben. Sosa mit dir wünscht. Riesen-Stati. Riesen-Tampelle-Tampelle. Wala, wala. Wie weiß ich es jetzt? TV-Portat. Lea schnäft hier. Und sie wird wach. Egal, ich nehme sie auf meinen Schoß. Nein, nehme ich nichts. Ja. Ja. Egal, danke. Wie viel war das? Zwei Blumenkohle und eine Pizza und die andere Pizza ist übrig geblieben. Die Kinder spielen da. Was war das gerade für ein Deutsch? Zwei Blumenkohle. War das falsch? Weiß ich nicht. Blumenkohle glaub ich nicht. Köhle. Blumenkohle. Wo ist denn? Blumenkohle. Und der Herr spielt PUBG. Ne? Sind eure Männer auch so PUBG verrückt? Wie der? Fünf Meter Nase. Was willst du von meiner Nase? Ja, schläft ja. Müde vom Essen. Bruder, kalt mal einen Koffer. Weiß du was richtig geiles? Bruder, sag. Eine Shisha. Nein, Kaffee. Du weißt, Schatz, die Firma hat uns angeschrieben. Ach so Scheiße. Das war vor allem mehr gewesen. Kennst du nicht? Gib Rato. Oder Nesrata. Eine. Aber wer spürer das? Ich weiß es und du hast mir die Bilder gezeigt. Aber was haben die geschrieben? Ich habe die geschrieben, aber ich erinnere mich nicht mehr. Wir kriegen jede Woche anfangen. Meinte ich was willst du sagen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe sie den gefragt. Ich erinnere mich noch. Ich meine, wenn du das so... Aber wie... Ja, Mann. Ich meinte so nicht. Der meinte der... Alter, du bist Familienkanal. Du kannst noch nicht Dinge zeigen von der Kamera. Das haben wir bekommen. Ich meine, wenn du solche Videos drehst, dann musst du nach einem Meer... die auf Insta... Guck mal. Die wurde... Ihr Seite wurde... Gehackt. Gesperrt. Gesperrt. Ey, nach einem Tag, Bruder, hatte sie wieder 55.000 noch was auf Insta gehabt. Ja. Nach einem Tag. Ich liebe ihr Dings... Charakter. Also... Zeig dir, wie der aussieht. Ich zeig dir. Egal was du sagst... Du liebst ihr Charakter? Nein, ich meine... Wenn die Leute ihr zum Beispiel Fragen stellen... Die sagen... Ja, du hast recht. Zum Beispiel... Letztens schreibt einer... Ich hab mein... Kindheitsdingens geheiratet. Tschuldigung, sehr viele, ne? Dann sagt die... Wirst du befeuert? Ich werde erst mal 10, 20 Männer festen, wer der Beste im Bett ist und danach heiraten. Das ist doch das Wichtigste. Das ist für mich. Danke. Schau dir vor, die wacht morgen neben dir auf. Gibt die dir so einen Kuss. Ist die auch ein Kuss? Ja, aber wir sind türkisch. Es sind ein Kuss. Ja, die ist komplett weggemerzt wie ein Korn. Ich glaube, dass wir mal gestern möchten. Ich habe einen Kuss, oder? Und dann machen wir zusammen. 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Guck mal so, dass wir jetzt nicht... Warte, die hatten noch ein paar Bilder. Ich habe das Haus. Was hast du denn? Hä? Doch, sie ist blond. Da haben wir uns... Ich könnte es sauber sein. Da war ich das erste Mal im Bett bei dir. Ohhhh... Was denkst du? Ich wollte... Baa, Alter! Ey, Kameratein dir die Kühe, was du euch zeigst. Das ist so ein Kuss geben in die Backe. Das ist gleich. Du bist mal Kameratein dir die Kühe, du. Irgendwann. Nein. Entweder mit sowas punktest du, oder mit so richtig dummen Sachen. Oder du bist witzig und dann schauen die deine Videos auf. Zum Beispiel uns. Oka, sei mal bitte ehrlich. Bei Supertalent 2013 oder 14. Ich weiß nicht. Hast du dir wehgetan, ne? Zeig mal. Zeig mal. Ich glaube... Mal hast du dich in den Koffer her. Hä? Ich glaube, in meinem Koffer hat die gleiche die Finger gepischt. Homo, das hier? Hat die Finger gepischt? Ja. Ja. Wie kommt der Pogler? Ja. Wie kommt der Pogler? Ja. Wie kommt der Pogler? Wie komme ich? Wie kommt der Pogler? Genau. Sie kommt der Pogler? Wie kommt der Pogler? Wie geht der Pogler? Nein, das stimmt. Wie könnt ihr euch zwei? Ja, ja. Ich schaff einfach. Ja, ich mach gleich das, ok? Sollte ich ihn nicht durchschauen? Ach so, doch. Der hat eben gesagt, dass es kacke. Ja, der hat eben gesagt, dass es kacke. Dann war das Schokopudding. Voila, du kannst dieses Schokopudding direkt in den Müll schmeißen. Außer jetzt ist das. Das ist dann noch mal gucken. Warum hast du denn? Aber ich hoffe, dass du esst. Das ist ja oft. Ja, dann nehmen wir es. Ja. Kannst du es dir das noch? Ja, ich bin froh. Was denn? Ich meine morgen oder so? Was? Was denn? Das ist Schokopudding. Na ja, echt Müll. Müll nicht, aber ein Stück reicht. Ich habe an deine Blicke direkt gemerkt. Sonst hätte ich direkt verschlungen. Ich hätte es mit Kaffee besser. Glaube ich nicht. Nein, ey. Erstmal macht es nichts, was ich nicht kenne. Wo gibt es denn eine Figurine? Woher kennen wir diese Wörter, ja? Das ist eigentlich Arabisch, Bruder. Natürlich gibt es bei uns Pinguinen, Bruder. Wie? Natürlich. Wie? Bruder, wir haben eine, äh, so wie Kirmes. Äh, nein. Zoo? Ja, Bruder. Ich meine... Nein, auf die Straße nicht, Bruder. Emel, deine Kamera läuft noch weiter, ne? Aber in Türkei waren wir auch in Antalya. Schatz! Welche Dings waren wir in Antalya? Zoo? Da wo Pinguine und so gab's. Das ist doch nicht so, oder? Was war das denn? Pinguine? Ja. In Antalya. Ja, wo... Ashab, warum machst du mich verrückt, ja? Bist du Banan? Wir waren Rochelle, alle. Wallah, wir waren irgendwo Pinguine gehabt, in der Türkei. Was? Was heißt das? Was? Was heißt das? Ashaber. Ashaber? Ashaber. 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 Lina geht jetzt nach Hause, baden. Und dann gehst du schön schlafen. Hä? Wir waren doch nicht in einem Aquatel. Wir wollten zu einem Aquatel, aber sind wir nicht gegangen. Ja, aber du hast mir die Bilder gezeigt. Du meinst, da gibt's Batterie. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Baterie? Baterie? Ja, das war... Das war ein Antalya, ein Zoo... Nee, das war Sea... Sea World. Sea World? Sea World, ja. Baterie? Baterie, Baterie. Schatz, du siehst von... Du siehst von geil aus mit deinem Zahn. Doch, Nina. Guck mal, an wie man muss schlafen. An wie man muss schlafen. Ach, wir müssen gleich schlafen. Guck mal. Guck mal, aufschnell. So eine Kameramann ist dein Mann. Die Scheiße. Bruder, du denkst, dass du dich übertrieben hast, ja? Boah, ne? Dankeschön, das ist von meinem Brr. Von meinem Brr, auf der Scheiße. Ich hasse dieses Wort. Brrra. 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 Brrra, Brrra, Brrra. Brrra, Brrra, Brrra. Brrra, Brrra, Brrra. Brrra, Brrra, Brrra. Hey, Brrra, 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 Brrra. Ich tu deinen zu gerettenden Stingles, ne? Ah, das ist meine Liebe, die Sprache jetzt. Ich habe es mit dir verpasst. Du hast es mit dir gefallen. Du hast es mit dir gefallen. Nein, glaube ich nicht. Sie hat ja versaut gegessen. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Übrigens ist das das Oberteil von Chiquelle, was ich euch gezeigt hatte. So sieht das angezogen aus. Das kann man auch so Schulter frei tragen. Hallo? Ja, Schatz, hier. Guck mal da, hallo. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Bereiten wir jetzt die Sachen für Lina vor? Geht ab, dann ist schon deine Hase, Lerna. Mama. Du hast Hunger, ne? Ja, Lina hat Hunger. Ja, Lina hat Hunger. Ja, Lina hat Hunger. Ja, Schatz, ja. Ja, Schatz. So, geht nicht schnell. So, ich stehe sie kurz und melde mich gleich vor euch. Bis gleich. Tschüss, 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 tschüss. So, hier liegen wir jetzt zu Hause. Lina schaut ein bisschen iPad, Lina liegt hier. Und Aude ist jetzt da. Genau, ich wollte euch die Bilder hier zeigen. Die meisten haben das schon gesehen, aber ich wollte nochmal drauf eingehen. Wir durften uns bei Desenio Bilder aussuchen. Und wir haben uns für die Bilder entschieden, weil das für uns eine große Bedeutung hat. Schatz, was bedeutet das für uns? Für mich, Liebe und Zusammenhalt. Genau. Also so sehe ich das. Das ist das Wichtigste in einer Ehe, finden wir. Ja, also diese Zärtlichkeit und Zusammenhalt in guten wie in schlechten Zeiten. Wir wollten jetzt nicht irgendetwas aussuchen, sondern irgendwas, was auch Bedeutung hat. Und mit unserem Code könnt ihr 20% sparen. Das ist unten in der Infobox verlinkt. Ich blende das auch nochmal hier ein. Genau, der Code gilt bis zum 18. Also müsst ihr schnell sein. Und ja, wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei Desenio bedanken. Wir sind auch mit der Qualität super zufrieden. Das war nicht irgend so ein... Also ihr könnt übrigens, der Code gilt nicht für die Bilderrahmen, also nur für die Poster. Und die haben wirklich Poster von A bis Z. Tiere, Pflanzen, Blumen, weiß, schwarz oder bunt. Ihr könnt euch da mal umschauen. Ich verlinke das alles in der Infobox. Und ja, danke nochmal Desenio für die Zusammenarbeit. Und wir sind wirklich sehr zufrieden. Und es war auch sehr, sehr einfach, die Bilder anzubringen mit einer perfekten Bohrmaschine. Ne? Der Herr ist hier beschäftigt. Oh, jetzt häng ich mich hier auch sehr tot müde aus. Du siehst todmüde aus. Baba. Oh. Ja, Baba. Genau, wie gesagt, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Ich spiele mit einem mehr. Ich hoffe, euch gefallen die Bilder auch so gut wie uns. Was denn? Nina, wie oft sollen wir heute noch bauen und nehmen? Sie sagt, dass du sie lasst bauen. Dann setzt du dich zu ihr, dann lässt sie dich nicht bauen. Nein. Die lässt dich nur zwei Minuten spüren und danach geht sie weg. Oder die versucht, sie zu spüren. Oder sagt, nein, ich will selber. Lia ist hier. Sie war angeblich am Schlafen, jetzt ist sie wieder wach. So und so. Ja. Zeig mal dein Prinzessin-Kleid. Okay, okay, wir haben es verstanden. Bist du müde? Ja. Ja. Dann. Ihr seid schlafen. Ihr seid nicht. Der ist in den Kopf. Nein, 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 nein. Nein, nein. Was ist das denn? gespuckt ja du hast doch eben gerülpst jena was macht ihr ja da reich nicht einmal die hat im auto gespuckt ja hier hat sie gespuckt gerade eben hatte ja geweint eben als ich bei der apotheke war meine große prinzessin hat sie wieder gespuckt ja so wollte mal tschüss sagen bis zum nächsten mal okay dann drück mal